Kurz nach den Wahlen in Niederösterreich sorgt die stellvertretende Chefredakteurin des linken Weiß-Magazins Hanna Herbst für Aufsehen. Dieses Land sollte einfach nicht existieren, twittert sie. Ihre Aussage bezog sich auf die Verdoppelung der Mandate für die FPÖ bei der Niederösterreich-Wahl letzten Sonntag. Ein sogenannter Skandal überschattete den Wahlkampf des FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer. Es sollen laut Wochenblick 20 Jahre alte Liederbücher einer Mittelschulverbindung aufgetaucht sein, die NS-verherrlichende Texte beinhalteten. Die Mitgliedschaft sei mittlerweile ruhiggestellt, doch die Aufregung darüber hätte den Charakter einer Staatsaffäre bereits erreicht. Einige Politiker, vom Kanzler bis zum einfachen Abgeordneten, sollen sich entsetzt dazu geäußert haben. Schon zu Beginn der Woche wurde Bundespräsident Van der Bellen zur Sache befragt, aber zu der Zeit war in seinen Aussagen von einem etwaigen Rücktritt Landbauers keine Rede. Eher das Gegenteil war der Fall, denn er sagte, Am Samstag, einen Tag vor der Wahl, forderte Van der Bellen plötzlich doch den Rücktritt Landbauers. Eingeweihte sprechen deshalb von einer geplanten Kampagne.